Ich werde wahrscheinlich nicht mehr schaffen, heute noch zurückzulaufen. Ich muss mich hier ausloggen, irgendwo. Roadplatform. Ja, ich habe überhaupt nichts mehr. Roadplatform. Irgendwas weg hier, was ich habe. Oh, warte mal! Wie baut man... Warte, da muss ich nachgucken. Weißt du, wie man einen Grapplinghook baut? Ein Grapplinghook aus einer Shane? Oder da wäre eine Shane zu einem hocken. Und was braucht man dafür? Nur ein Table oder was? Wenn das jetzt so auf die Hand nicht geht, dann brauchen wir dafür eine Workbench. Ja, warte. Hast du einen gefunden, oder? Ja, ein Hook und drei Iron Chains. Ja. Ein Iron Anvil. Na, schade. Ja, also, ja, gut. Und ein Iron Anvil kostet wahrscheinlich... Workbench, fünf Iron Bars. Also, was ist das nochmal jetzt hier? Du kannst ja doch mit den Led machen, die müssen nicht aus Iron sein. Oh, warte mal. Razer, die hat mir geschrieben, ob du ihn runterswitchen kannst, warum auch immer. Ungerne, gerade. Ähm. Ähm. Oh. Oh. Gut, dass jetzt noch ein bisschen rum und ich noch jemanden beschreiben will. Ah. Wie tief geht der Tarunner? Wahrscheinlich sehr weit. Dann bauen wir uns hin drüber. Oh. Oh. Ich höre dich nur wieder schaden verfressen wie in die Box. Ja, ich muss auch nebenbei schreiben. Dann ist ja ein bisschen blöd auf das. Oh. Oh. So. Was ist das? Oh. 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 Klopp. So. Was ist denn Eisen? Ist eigentlich Tangster oder was? Nein, Eisen ist Eisen. Ja, gibt kein Eisen hier. Eisen hat einen neuen Namen im Spiel. Eisen ist hier irgendwie... Da steht immer Iron Ore. Also wie jetzt Iron Bar. Bei mir steht Tangsten, Tin und das andere Gebete. Und früher gab es Eisen, Kupfer und so und so. Und jetzt gibt es Tangster, Tin und Neuenbach. Ich meine in den Rezepten steht, dass du Iron Bars brauchst. Ja, Lettisable Ice. Es verhält sich halt exakt wie Eisen. Ich habe auch kein eisiges Eisen hier im Spiel gesehen. Nur Tangster und Blatt und Dingens. Und ich habe auch geguckt. Es gibt Eisen anscheinend. Und das ersetzt durch das irgendwas hier Neues. Weil ein Anvil macht es auch aus Eisen. Wir haben ein Anvil. Weil da immer bei steht. Du machst den aus Eisen oder aus Lead. Das steht genau dabei. Ja. Aber vielleicht gibt es ja jetzt zwei verschiedene Arten von Welten. Also einmal die Welt jetzt hier mit unserem... Mit Corruption und Eisen. Oder halt die rote Welt hier mit... Blei und... Ne? Dingens. Ich habe keine Linse, Alter. Oh, ich habe keine Ahnung mehr. Kann halt so. Ist da kein LED? Ist da kein LED? Nein. Alter. Hier wurde ein Stern. Ja, ja. Und in dein Gesicht. Oh, ich würde sagen... Ich habe mir nach rechts den Ozean. Den Rest hast du noch. Äh... Ich habe gar keinen. Ich hatte irgendwie sieben oder so. Ich habe einen, Alter. Ja, die sind doch verpufft, als wir gestorben sind. Achso. Ja. Genau. Na, hier links haben wir endlich den Othean errascht. Okay. Da unten gerade eine Pfad hingeworfen, bevor du dich wundernst, was das ist. Haie. Wir müssen irgendwann irgendwann Haie fahren. Oh. Ja, dann. Viel Spaß bis nach Hause. Warte mal, warte mal. Bleib mal hier. Ich möchte mal einmal wissen kurz, wie weit das ist, wenn du dann hier stehen bleibst. Jetzt bin ich mal gespannt, ja. Was meinst du? Was schätzt du? Ich sage 6300. Warte, wie weit das? Mit vier Fuß. Bis nach Hause. So. Ich sage 6300. So. Schätzungsweise. 6... 6300. Au. Warte. 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 Ja, guck das irgendwie... Warte mal. Da kommt ja jetzt an die Wüste als nächstes. Boah, wie weit die Map angeht. Der Hammer. Ja, du kannst ja dich bei dem Baum da, wenn du bis dahin kommst. Da wirst du aber noch hinkommen, oder? Ja. Jetzt ist erstmal Bestandsaufnahme. Ich habe keine Ahnung, was hier so ist. Jetzt mal hier. Quick Stack. Oh, so. In welcher Kiste ist denn Geld ganz recht, oder? Ah, okay. Quick Stack. Stick. Höh. Wat-da-da-da-da. Das wird auch kein Bezellen. Boah, Zombie, ernsthaft, helft doch nicht Big Stack, fucker Alter, dass diese Zombies immer dagegen hauen müssen Was hast du gefunden? Ja, wohl nicht mitnehmen Achso, ja gut Scheiß Auge Wirft den Boomerang gegen ihn, ich seh's genau Boah, was ist das denn hier? Ich verhasche Da Geben Möbel hin Au Holz, Holz, irgendwo muss Holz sein Boah, wenn ich den zurückwerf die Ah, scheiß Boomerang Komm, toll, sitzt da Ah ne, das ist doof Dann quick stickt man immer alles weg Alter, ich finde ja allein nur, glaube ich, 20 vollen Stars auch ein wenig Ja, allein dafür lohnt sich da schon richtig dahin zu latschen, oder? Ja Wir haben noch keine Kiste für so Waffen oder so, also eine Spezifische, oder? Ne, doch die erste, aber, also die obere, so Also da sind halt ein paar Waffen drin, da hab ich da reingetan, so ein Eisenschwerer und so'n Scheiß Okay Alter, wie viele vollen Stars, ich finde Müsst du mittlerweile, machst du ja schon beim Dungeon da ungefähr, ne? Ja, ich hab 3000 Meter hinter mir Und muss doch 5000 Gerd Gerd Ja Noch einer Bring viel meiner für dich mit Noch einer Ich hab jetzt schon 10 11 Wenn's so weitergeht, hab ich mehr als 20 12 Alter, also ich glaub die Drop-Rate von Sternen haben die um Ein klein wenig angehoben Alter Ein Shackle Oh, das ist keine Shackle Plus 4% Damage Wenn ich aktuell noch nicht so wenig Defense hätte, würde ich denn nicht Was ist das hier? Oh, das ist hier Tag Schön für dich Ein Guardian Shackle, ich glaub das ist doch so eine mit Defense Zwei Defense Zwei Defense Meiner hat nur ein Defense Yeah Ehr damit So, wir haben doch so ganz mit Shackles die gar nichts können Ja Komplette raus mit Fick Alter Wie weit ich den Deck stoße Hast du ja extra Knockback auf dem Boomerang Alter Blip 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 bl Blip ab Wir müssen noch den Vorfeld haben Ja, schon mal nicht. Tanzen, tanzen. Hilft hab ich. So. Ich hab doch auch ihr vorhin... ...Headstone. Oh. Ach, ja. Will ich noch haben. Der Vogel. Der Pase. Ich hab doch noch einen blöden Grabstein gesehen. Ich hab doch noch einen blöden Grabstein gesehen. Weit raus noch. Goldfisch. Und hierhin. Codweb. Ich hab doch noch einen blöden Grabstein gesehen. Ich hab doch noch einen blöden Grabstein gesehen. Na gut, 10% weniger von Very Strong ist wahrscheinlich auch noch immer noch Very Strong. Ich hab doch noch einen blöden Grabstein gesehen. Ich hab doch noch einen blöden Grabstein gesehen. Ich hab doch noch einen blöden Grabstein gesehen. Wie man was machen kann. Ein Gong. Ein Gong. Also ich hatte schon die Idee, dass man jetzt ein Seil da oben runter lässt. Also bei dieser Pagode. Aber ich weiß nicht, wie man so ansatzweise was Rundes hinkriegt. Also vielleicht mit... Außer halt mit normalen Blöcken. Aber da kannst du ja nicht durchgehen. Dann müsste irgendwas sein, was halt so im Hintergrund ist. Weißt du? Ja. Ob man... Die Fans... Es gibt doch diese komische... Ja, diese komische Lampe da. Die so... Diese Runde. Die wenigstens noch so ein bisschen aussieht wie... Ein Gong vielleicht. Da ist auch so ein japanisches Zeichen drauf. Ja? Vielleicht kann man die dafür verwenden. Wo braucht man die denn? Äh... Muss ich gleich den Ding ans fragen. Das kann ich dir erstmal so und nicht beantworten. Ja. Apoachen. Oh, ich bin gleich da. Was hier amitiest. Alter. Futter. Guck mal die Map an. Alter. Ja, ja. Da ist Ende. Okay. Krass, ey. Da ist wirklich komplett Ende. Wir sind jetzt... Und jetzt guck mal, wie weit wir erst nach rechts gelaufen sind, Alter. Ja, ich hab... Bei mir ist halt eh voll wenig. Ich bin ja... Ich bin ja ein bisschen weiter nach rechts gelaufen als du. Aber guck mal, wie weit du noch vor dir hast, ey. Mhm. Hast du gerade gesehen? Ja, ja. Ja. Warte, wo bist du? Da ist das Haus. Okay. Da ist... Ja. Warte. Eins, zwei, drei... Ja, noch viermal das, was ich schon kenne. Hinnendran. 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 das ist ich hab doch noch sterne warum hast du noch ach so das sind die aus der kiste ups verpufft was mache ich jetzt hier mit crafting das kommt auch noch weg so jetzt muss ich noch mal gucken was mache ich damit ach man macht hä man braucht nichts ja man macht aus dem mangold Zeugs einfach Farbe aber wahrscheinlich an irgendeiner Webbench hier oder so ach so ich mich ja ewig tot ähh nö ach da brauchen wir mehrere dafür hab ich jetzt gar nicht drauf geachtet crafting ähh ok ich bin zu blöd dafür quat gibt es noch irgendein gerät das wir noch nicht stehen haben Magda was ein ein gerät was wir noch nicht stehen haben ja irgendwie halt so ein Workbench gerät aber irgendwie haben wir doch alles ähh aber gut neee fast vielleicht brauchen wir doch mehr dafür aber glaube ich nicht Möö ähh ah Banner da. Und wie gesagt, die Bletten haben gebraucht. Ja, du brauchst 20 Seide und 3 Ruby, dann kannst du eine Robe machen. Und aus der Robe und ein paar Emeralds machst du so eine Special Robe. Die gibt dir plus 60 Mana, 3 Defense und 11% weniger Mana Usage. Ja, leg das mal schön in die Kiste. Ich weiß immer noch nicht, was ich jetzt wollte. Genau, wie macht man blöde Farbe, Mann? Was war jetzt mit diesem komischen Lampen-Ding da? Hat er meint es? Ja, ich glaube, das geht auch mit Seide, aber da bin ich noch zum Beispiel nicht ganz sicher. Also es gibt halt, wie gesagt, so eine Lampe, die irgendwie so ein bisschen rund ist. Warte mal hin. Hat er dieses Codweb dabei? Warte mal so zwei, drei. Ja, hab schon, hab schon. Äh, Loom. Wie sind die noch? Ja, sick. So, und jetzt, komm her, hier. Bradley, Crafting, Silk. Und zwar, da, Chinese Lantern. Macht mal mit fünf Silk und einer Torch. Ist halt rund... Hier, warte mal, bist du gerade in hier? Silk? Da. Ja, Silk, Seide. Ach, so viel? Gib mal dem Bradley, das Ding, dann erregt das erste. Ich sag mal, das ist das, was mich am meisten... Ah, so viel kostet die Scheiße. Alter. Thron. Seide macht mal wie aus? Neun K-Webs oder was? Äh, sieben. Wenn ich das jetzt richtig gesehen hab. Ich hab ja neun und ich hab jetzt noch zwei, also sieben. Ich hab ja neun wie gesagt, ob Fucken und so saggeist. vertraue ir auf meinem Job. Ja. Bist đi. 100minJu zu tun!